Uh, uh, jetzt gibt's Beef, Alter, jetzt gibt's Beef. Papa Plattes Ex-Freundin frontet mich, Kuchen Talks. Papa Plattes Ex-Freundin frontet KuchenTV, warum? Wobei, eigentlich blöde Frage, warum nicht? Video-Freunde der Dummen Reactions, ich habe ja letzte Woche ein Video über sexualisierten Content auf Twitch hochgeladen, der offensichtlich gegen die Terms of Service verstößt. Ja, richtig, und auf dein Video konnte ich nicht reagieren. Das Video habe ich dreimal hochgeladen und dreimal war es gelb. Obwohl ich alles zensiert habe, by the way. Natürlich gab es dazu einige kritische Stimmen, um die wir uns heute kümmern müssen. Unter anderem hat nämlich die Ex von Papa Plattes darauf reagiert und ziemlich viele dumme Sachen gesagt. Und jetzt mal ehrlich, Papa Plattes Ex-frontet mich, den Titel muss ich einfach mitnehmen. Vorher kümmern wir uns aber um Swabine, diese komische Ex von Unge. Die hat nämlich folgendes bei Twitter gepostet. KuchenTV mal wieder der größte Clown. In seinem komplett unnötigen Kritik-Video fetschirmt er unter... Ja, aber ich sag dir ehrlich, in dem Video, was KuchenTV hochgeladen hat, das war auch ein bisschen lächerlich, da war eine Stelle, da hat er von einer gesagt so, ja, Oberschenkel größer als keine Ahnung was. Bruder, also ja, ja, da kannst du, also da musst du wirklich, da musst du wirklich so hinschauen, wenn du das so siehst. ... vor anderem Vanessa C, kein Front, aber der Bikini... Ich meine, ja, KuchenTV ist auch ein Stöckchen, ne, ein Fähnchen im Wind ist der für mich. Sag doch einfach, dass du Frauen hast, Small Dick Energy. Okay, warte mal, sie beschwert sich hier über Fettshaming, aber greift mich gleichzeitig dafür an, dass mein Penis klein ist? Jo, wahrscheinlich! Außerdem, ich will jetzt nichts sagen, aber auf diesen Instagram-Bildern hier hat man eindeutig gesehen, dass der ziemlich, ziemlich groß ist. Ja, wow, wow! Aber ansonsten kannst du dich natürlich auch gerne selber davon überzeugen. Davon abgesehen ist... Na, also ich hab, ich hab ihn auch schon, äh, also KuchenTV in Real Life gesehen, äh, also ich mein, KuchenTV jetzt nicht sein... ... ist das Ganze ja nicht mal wirklich Bodyshaming, denn ich hab ja nicht gesagt, dass sie zu dick ist, sondern dass die Klamotten zu klein sind. Genauso dumm ist aber auch die Antwort von ihr darunter. Außerdem hat er sich vorgefühlt einen Tag noch beschwert, dass Hugo in seinen Reactions nichts verlinkt, aber auch nur eine im Video gezeigte Person verlinken? I guess not. Aber hey, auf den Nacken von den halbnackten Frauen Klicks machen, kann man trotzdem ganz gut, oder? Das war Bienes Gesicht. Sie erkennt einfach den Unterschied zwischen einer Reaction, wo du den kompletten Content einer anderen Person hochlädst und dem Benutzen von kurzen Video-Ausschnitten, um dazu etwas zu sagen. Junge, ich kann ungefähr verstehen, warum er Schluss gemacht hat. Ja, also man hat ja auch gesehen, von wem das ist und so. Also da, also ich hätte es jetzt auch nicht verlinkt, aber wenn mich jemand dann fragt, so, yo, könntest du das vielleicht verlinken und sowas, äh, ist auch schon vorgekommen, dass ich, dass ich da auf irgendwen, äh, mich bezogen hab und dann hab ich's vergessen oder irgendwie so, dann, klar, hau ich das halt rein. Kommen wir nun aber mal zur Ex von Papa Platte. Die sagt unter anderem... Also bei Reaction, bei Reaction ist halt immer das Hauptkanal-Video in der Beschreibung, außer YouTube lässt es mich wirklich gar nicht hochladen, dann ist es in, äh, im angepinnten Kommentar. Ey, und kein Front, aber der Bikini wäre eine Nummer größer, wahrscheinlich besser gewesen, weil... Was ist denn los mit ihm? Halt die verf***te Schnauze, Junge! Da werden wir wieder zensieren müssen, oder? Alter, was ist denn los mit ihm? Also ich fand das vorige... Ja, das, das seh ich auch ein, aber ich fand den vorigen Take, den KuchenTV im Original-Video etwas früher hatte, den fand ich wesentlich, äh, wesentlich unangenehmer. Will er mir sagen, dass das dick ist, oder was? Alter, was ist denn los? Ja, wie gesagt, ist es eigentlich nicht, allerdings haben sich tatsächlich ein paar Leute darüber beschwert. Ja, aber bleibts nicht, bitte. Ich persönlich sehe das Ganze so. Wenn jetzt einfach irgendwer ein Foto von sich postet, dann muss man solche Kommentare vielleicht nicht von sich abgeben, aber der einzige Inhalt dieser Frauen ist es, ihren Körper komplett vor die Kamera zu stellen, um damit so viel Geld wie möglich zu machen. Und meiner Meinung nach müssen sie dann auch damit klarkommen, dass der Körper kommentiert wird. Und das eben nicht nur nett. Selber schuld. Ihr könntet euch ja auch normal anziehen und streamen. Für dich, KuchenTV. Ja. Ja. Okay. Boah, was kommt jetzt? Ja, okay. Ja, du Lümmel. Ja, sie zeigt so ein bisschen ihren Bauch. Ich werde sowieso zensieren müssen. Ich habe nur Angst vor Twitch. Das Ding da wieder ein, es sind schließlich Kinder anwesend. Ist der weg? Oh, ein Glück. Das kann man sich ja nicht angucken, ey, wirklich. Du bist halt einfach dann ein Onlyfans-Influencer, der so wie jeder andere Influencer in anderen Bereichen, wie Gaming oder Beauty oder was auch immer, alle Socials benutzt, um das Onlyfans zu pushen. Aber du kannst ja einen Stream ab 18 machen. Check dir, was ich meine. Also ich sehe es ein, wenn sie sagt so, jo, die Kommentare von KuchenTV waren nicht cool. Weil die Kommentare von KuchenTV waren auch nicht cool. Aber ich finde nicht, dass Twitch die geeignete Plattform ist, um sowas halt zu machen. Ist ganz einfach nicht. Es gibt andere Plattformen, wo du das halt, also es gibt genug andere Plattformen, wo du das halt eigentlich machen könntest. Aber du willst einfach, ich weiß nicht, warum das dann so gut funktioniert, wenn du auf Twitch, ja gut, wahrscheinlich, weil auf Twitch die Konkurrenz, sag ich jetzt mal, nicht so groß ist. Wenn du jetzt auf einer, ich sag jetzt mal, spezifischen Seite dafür streamen würdest, dann wäre ja, dann wären ja alle Vorschau-Bilder und alle Thumbnails und, weißt du, überall, es ist halt nur dieser Content. Aber auf Twitch ist halt nur Just Chatting und dann irgendeine, die sich halt so präsentiert, obwohl es eigentlich gegen die Richtlinie von Twitch ist. Und das ist halt das Ding. Also du kannst den Stream ja an sich, ab 18 entscheiden. Das ist halt, also ich verstehe, ich verstehe, was irgendwo kritisiert wird, aber es bringt nicht viel. Natürlich bringt es nicht viel. Genauso wie auf bis du 18 die Frage nichts bringt. Also ja, erstmal hat die Unförmige recht. Ja, aber ich... Bruder, schau, das ist halt das Ding. Also das gehört... Schau, ich bin immer, ich gehe immer her und ich sage immer, yo, hört einfach auf, Leute zu beleidigen. Oder hört einfach auf, auf Leute so drauf zu hauen und sowas. Das war jetzt uncool. Und das muss ich ganz ehrlich, ich bin, ich mag KuchenTV und ich mag seine Videos und sowas, aber das ist, es geht mir einfach am Arsch. Diese Streams sind meistens auf plus 18 gestellt, also dass man bestätigen muss, dass man auch wirklich 18 Jahre alt ist. Das Ding ist allerdings, dass diese anderen Seiten auch genau dafür da sind. Natürlich lässt sich überstreiten, ob dieses... rechtliche Gründe, warum du das halt bestätigen musst. Bist du wirklich 18? Also jetzt ernsthaft? Schwör auf Mutter. Reicht oder nicht. Allerdings macht es gar keinen Sinn, weil Twitch ist überhaupt nicht für sowas da. Und wie gesagt, ist es ja auch eigentlich gegen die Terms of Service. Deswegen bringt es auch gar nichts, über diesen Punkt zu diskutieren. Jede Frau kann natürlich Onlyfans machen, wie sie möchte. Dagegen habe ich überhaupt nichts. Und man darf das auch gerne bewerben. Sogar auf Twitch. Mach es. Wenn du denn dazugehörige Streams machst, die nicht gegen die Terms of Service sind. Halte dich an die Regeln, die hier zählen. Dann kannst du Werbung machen, wofür du möchtest, wenn es mit den Regeln vereinbar ist. Also das verstehe ich absolut. Da bin ich voll bei euch. Aber ich verstehe sein Take irgendwie gerade noch nicht, warum er nur gegen Twitch geht. Hm, wieso geht... Ja, weil das auf Twitch so ist. Weil es auf Twitch wirklich so ist. ...he ich in meinem Video, wo es um sexualisierten Content auf Twitch geht, nur auf sexualisierten Content auf Twitch ein. Ne, ich weiß nicht, Digga. Keine Ahnung. Vielleicht könnt ihr mir das beantworten. ...einen Screenshot erstellt habe. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube dir gar nichts an oder eine hautfarbene Strumpf. Aber oh ja, die hat was an. Also das sieht man hier. Ich werde sowieso wieder zensieren. Ich werde das ganze Video wieder zensieren müssen. ...Pose und einen hautfarbenen Bikin. Man sieht hier, Chat, man sieht hier eine Frau, die komplett bekleidet ist. Ich zensiere es einfach nur aus Spaß. ...ist halt für mich auch einer zu weit. So. Außer, das ist jetzt in einem Cosplay. Bruder, was sollte das denn bitte ein Cosplay sein? Ja, also ich gehe heute halbnackt als N***o. Und als was bist du verkleidet? Also jetzt mal ernsthaft, was soll nackt sein denn bitte für ein Cosplay sein? Also selbst dann hätte es ja nichts auf dieser Seite zu suchen, oder? So was hier. Vor allem, das ist dann halt auch eine einfache Ausrede. Dann sagst du halt immer, naja, es ist Cosplay. Ich cosplaye halt als irgendein... Weiß ich nicht was. Cosplaye als meine Katze, ja? Hat die Klamotten an? Ich glaube es nicht. Kein Plan, was sie sagt. Wahrscheinlich irgendwas über Reis oder so. Aber ich meine, sie trägt hier ja offensichtlich... Bruder, bin ich, bin ich, bin ich... Freunde, ganz kurz. Das ist todesracist. Er macht einen Joke über Vorurteile. Dieser Rassist. Hör mal ernst. Na, ich glaube nicht, dass er rassistisch ist, aber ganz ehrlich, also... Es ist halt so, wenn du dir solche... Wenn du solche Jokes raushaust, dann musst du halt auch einfach damit rechnen, dass Leute davon angepisst sind. Ich habe einfach keine Lust mehr auf dieses ganze Gutmenschen-Gehabe, dass man heute über gar nichts mehr irgendwelche Jokes machen darf. Oh, er benutzt ein Vorurteil in einem Witz. Oh, der ist ja so ein Rassist. Gerade heutzutage darf man wirklich über nichts mehr irgendwelche Witze machen oder irgendwas posten, was irgendwo gegen aneckt, weil man sonst immer direkt in so eine Ecke gestellt wird. Das gleiche war ja auch bei Dekadent der Fall, der gesagt hat, dass ich und Monte Hauptschüler sind und sich erst mal 40 Sekunden darüber gerechtfertigt hat, dass das ja gar nicht so gemeint war. Das hat doch nichts mit Rassismus zu tun, mal irgendwelche Vorurteile unterhaltsam in seine Videos einzubauen. Außerdem essen Asiaten tatsächlich sehr, sehr viel Reiz. Was ja gut ist, weil dann sind die schon mal an die Größe meines Penis gewöhnt. Das ist vorgekommen, es war nie so. Ist das irgendeine Entwicklung? Hat der irgendwie gerade keinen Ende in der Midlife-Crisis? Oder keine Ahnung, nimmt der irgendwas? Was ist denn da los, Alter? Wieso? Was meinst du mitnehmen? Und ja, sie hat recht. Ich mache diese Witze, weil ich in meiner Midlife-Crisis bin. Mit 28. Ich sehe nämlich eigentlich so aus. Ein Glück, mache ich diese Witze nicht eigentlich gefühlt schon immer. Das Ding ist, dass sie halt auch die Terms of Service nicht versteht. Das ist halt eine Grauzone, Digger. Wir dürfen einfach freudig weiter streamen, anstatt gesperrt zu werden. Aber nein, nein, das ist keine Grauzone. Also klar, es ist Interpretationssache. Yo, Hammerhead, was geht? Dankeschön für fünf verschenkte Subs. Vielen, vielen lieben Dank. Ich hoffe, du freust dich auf dein Geschenk, was ich dir geschickt habe. Ja, und du gehörst gesperrt von Twitch, weil du bist rassistisch und du schämst weibliche Körper. Also was will er uns eigentlich erzählen? Welche Doppelmoral will er hier gerade erzeugen? Klar, ich bin rassistisch, weil ich einen so einen Joke gebracht habe. Es ist ja nicht so, dass Jokes auch rassistisch sein können, ohne dass man das direkt selber ist. Das klingt für mich ganz schön nach Rufmord, meine Kleine, aber keine Sorge, ich nehme einfach die Klick statt den Anwalt. Und ja, das ist definitiv auch ein Grund, warum das Video gestrikt und ich gesperrt werden sollte. Absolut. Mensch, wie kann ich hier eigentlich noch frei rumlaufen? Und Doppelmoral ist das Ganze auch nicht. Doppelmoral bedeutet das zu machen, was man kritisiert. Aber ich habe mich ja nicht über solche Jokes aufgeregt, oder? Aber auch das mit der Grauzone macht nicht wirklich Sinn. Das Ganze sagt sie auch öfter in diesem Stream. Einschließlich Posen, die diese Körperteile bewusst betonen, betatschen oder eindeutige Gesten, die auf die Brust, das Gesäß oder die Genitalien zielen. Da steht es, aus dieses Cosplay. Amere Einstellungen auf das Gesäß sind also laut Twitch verboten. Warum ist das hier, das hier, das hier oder das hier dann komplett erlaubt und diese Streamerinnen dürfen... Das ist halt eine Grauzone, Digga. Ach so, ja klar, es ist nur eine Grauzone. Gut, jetzt gucken wir uns mal an, warum... Was? Du kannst das doch nicht lesen. Kannst doch nicht lesen und kannst sagen, ja, hier, das ist... Was ist da gestanden? Inhalte oder Kameraeinstellungen, die auf Brust, Gesäß oder Beckenbereich fokussiert sind. Und wenn dann jemand so dasteht, ist ja der vorhin noch bei dem gleichen Clip hat sie gesagt, yo, das ist selbst mir zu viel. Warum ist dir das zu viel? Dachte, das ist einfach eine Grauzone. Gut, jetzt gucken wir uns mal an, warum das Ganze eine Grauzone sein soll. Keine Grauzone, doch ist eine Grauzone, weil man ja nicht nur den Körper sieht. Man sieht ja noch drumrum. Ah, stimmt. Stimmt, Chad. Ich werde mich jetzt komplett ausziehen, aber solange da hinten diese Lampe zu sehen ist, was will Twitch machen? Was soll ich machen? Ich, 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 ich huck mich da nackt auf den Boden und ich scheiße auf den Boden. Live auf Twitch. Jetzt passiert's, Freunde. Jetzt passiert's. Komm, geh mal. Klar, macht Sinn, weil nicht der komplette Bildschirm voll ist, ist es natürlich komplett erlaubt, weil man sieht an der Seite ja noch ein bisschen was anderes. Ich meine, es steht doch sogar eindeutig drin und sie versteht es nicht. Kameraeinstellungen, die auf die Brust, das Gesäß oder Ja, ja, aber wenn ich daneben bin und nicht im Fokus, was will Twitch machen? im Beckenbereich fokussiert sind, einschließlich Posen, die diese Körperteile bewusst betonen. Da steht nicht drin, dass die komplette Kamera bedeckt sein muss. Das würde auch gar keinen Sinn ergeben. Da steht ganz klar fokussiert. Und wenn du dir dieses Bild hier anguckst oder dieses hier, Na, das ist für mich ganz klar der Getränkekühlschrank hier im Vordergrund. Dann ist der Fokus offensichtlich auf diesen Bereichen. Das Lustige ist, dass sie ja die ganze Zeit sagt, dass das eine Grauzone ist. Fünf Minuten später kommt dann das hier. Weil für mich ist das Toss. Ich verstehe die Toss genauso wie ihr. Ich bin auf eurer Seite. Aber, was soll ich sagen? Erst sagt sie, ja, ist die Grauzone. Gute Frage. Was wolltest du jetzt sagen? Ich verstehe die Terms of Service genauso wie ihr. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, weiß sie nicht, weil die andere Möglichkeit wäre Kuchen. Ich weiß noch nicht, warum sie das, ich glaube einfach, also jetzt einfach meines Empfindens nach hat sie verstanden, was das Problem, erstens, was das Problem ist, zweitens, warum das auch ein Problem ist und drittens, ist sie einfach mit, ich sage jetzt mal, uns allen oder so ein Ding auf einer Seite und sagt halt, yo, das verstößt gegen die Terms of Service. So. Aus welchem Grund möchtest du es dann halt verteidigen? Weil es sagt ja keiner, es sagt niemand, oder zumindest sage ich das nicht, dass diese Art von Content irgendwie verboten gehört und das, keine Ahnung, das ist hier, das darf keiner mehr machen und dies, das und jenes. Es gibt halt einfach andere Plattformen, wo du das halt machen kannst. Twitch ist es einfach nicht. Twitch ist es einfach aus dem Grund nicht, den du gesagt hast. Das ist Terms of Service. Um TV zuzustimmen und das möchte man lieber nicht. Außer sie ändern's. Und wenn Twitch jetzt hergeht und sagt, yo, ab jetzt ist das erlaubt, dann halte ich meine Fresse. Dann sage ich, ja, dann ist es jetzt so. Dann ist es nicht mehr Terms of Service und dann ist es gestattet. Ich mache ihn, oder? Ja. Sie sind äußerst behindert. Dass sie mir nicht zustimmen möchte, das sagt sie am Ende auch so halb. Aber guck mal, das Ding ist, keine Ahnung, ich kann halt das, was er sagt, null ernst, dem ist mir scheißegal, ich differenzierter auch nicht, weil er ist kein Stück besser. Tut mir leid. Also, dann verstehe ich halt nicht, warum du auf das Video reagierst oder wenn du merkst, dass dir mein Humor und meine Art nicht gefällt, dann hör doch einfach auf, das zu gucken. Ja, stimmt eigentlich. Warum musst du das dann aus Zwang weitermachen? Was kann ich abschließend dazu sagen? Die Moderatorin braucht mal einen Dicken, damit sie Ahnung vom Leben hat. Ja, schau, okay, komm. Wir machen jetzt folgendes, wir machen jetzt folgendes, ich möchte mich hier ganz klar distanzieren von den Jokes. Also, ich sag euch, wie es ist, ich sag euch, wie es ist. Die Argumentation von der Dame habe ich jetzt nicht ganz nachvollziehen können, vor allem zumal sie am Ende gesagt hat, jo, das war irgendwie Blödsinn und wir haben jetzt irgendwie umsonst und so aufgeregt. Aber ich sag euch ganz ehrlich, ich finde es halt auch irgendwo manchmal unangenehm, was KuchenTV für Jokes macht. Ist jetzt auch kein Front an ihn oder so. Es ist halt ganz einfach ein Front an ihn. Es ist nicht meine Art, Kritik zu äußern, aber das weiß er auch. Deswegen braucht er sich auch nicht wundern, wenn manche Leute da ein bisschen mehr angepisst sind als er vielleicht expected. Und für mich ist es in Ordnung, wenn KuchenTV solche Jokes macht, aber er muss halt ganz einfach auch damit rechnen, dass halt dann ein Gegenwind kommt, dass dann Leute sagen so, yo, das fand ich nicht okay und so. Weil da kannst du nichts sagen. Humor ist halt objektiv sowie Kameraaufsätze. Da ist er. Da ist es halt,